Was bedeutet es für Sie heute Abend hier zu sein? Ja, ich freue mich sehr, dass es solche Veranstaltungen gibt. Das ist sehr gut für den Boxsport. Wie haben Sie den Sommer verbracht? Muss ich das erzählen? War schön. War sehr gut. Ja, ich bin meine Familie natürlich. Schön, schön, schön. Wenn Sie zur heutigen Zeit mal wieder in den Ring steigen dürften, kann auch betelig gemeint sein. Mit wem und warum? Den würden Sie gerne mal sozusagen... Ich glaube, es gab nur einen, der mich nicht geboxt hat, der Roy Jones. Roy Jones Junior, glaube ich. Das war die ganze Boxwelt, der auf diesen Kampf gewartet hat. Ich glaube, das war der einzige Kampf, der gefragt ist. Wenn Sie zurückdenken, welches war der schönste Moment Ihrer Karriere? Ich glaube, wo ich Weltmeister geworden bin. Können Sie das Gefühl beschreiben? Der Himmel hat sich geöffnet. Herrliche Worte. Wünsche, Träume, Pläne für die Zukunft? Ich habe alles. Ich habe vier Kinder. Ich habe zum ersten Mal einen Doktor gekriegt. Die ist sieben Jahre alt und die macht mich stark. Okay, alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön.